All right, all right, all right, Leute, es ist mal wieder so weit, wir spielen eine neue Oculus Rift, Leap Demo, und zwar diesmal Wakedless, hättet ihr gerade gesehen, wenn ich das Ding nicht umgestoßen hätte. Äh, meine Hand ist schäf, meine, oh, das ist auch die falsche Hand, da ist die rechte Hand, so. Wakedless, ein VR-Jam-Teilnehmer, eines der größten Favoriten für den VR-Jam, weil, man ist im fucking Weltraum. Was gibt es cooleres, als im fucking Weltraum rumzusitzen? Oh, das gefällt mir, das gefällt mir, das wird nice, ja, schön, Hände reiben, mmh, okay, lassen wir das, so gut ist er, Leap Motion Controller auch nicht. So, ich bin im Weltraum. Good morning, Commander. Good morning. Are you ready to start the day? Hi. Voll, voll, wo ist mein Daumen? Daumen, Daumen, da, bin ready, falsche Hand. So, ersten Abschluss habe ich auch schon hinter mir und ich musste ein bisschen rumsuchen, bis ich endlich diesen Button gefunden habe. Bip. Music Module Online. Deut, mit Vollspeed-Zinn vom Weltraum. Chris Zabrisky Audio-Files. So, was haben wir? Ah, schön, bisschen Musik. Hör auf, die Hände hierher, Geisterhände rein zu produzieren. Ich finde, das ist cool. Guckt euch das an. So, ob es meine Hände wäre. Es ist nicht perfekt, aber wenn diese Technologie irgendwann mal perfekt ist, das wäre doch richtig nice, oder? Aber, ich meine, guck mal, man kann sogar den kleinen, man kann die Finger bewegen, ne? So, Musik. Schau das ab. Bop. Mechanical System Online. Aha. Exterior Shutters opening. Mach es. Auf die Zahn zu zappeln. Irgendwas, irgendwo erkennt er immer wieder eine Hand bei mir. Oh. Geht was auf. Geh weg mit der Hand. Ich sehe die Erde. Oder einen Planeten. Ich weiß es nicht, ob die Erde das ist. Ob das die Erde ist. So, ist einfach noch nix. Der geht auf. Ja, also ich muss sagen, das ist eine richtig gut gemachte Demo. Also ich finde, die Hände sind richtig nett integriert. Das Ganze, der ganze Aufbau ist nice. Das heißt, mit der Kapsel, mit dem Bett, wo ich jetzt drin bin. Lights up. Non-human-human. Commander, Standard-Protokoll requires that I relay the inspection sequence each morning. Aha. Durch. Ich hör zu. Stage 1. Activate the hollow-button marked fill on the center console. The main intake hatch will open and space debris will enter the cabin. Das Licht ist jetzt auch richtig gut geworden. Ich muss menschliche Gegenstände durch den Human, durch, durch, da, durch da, und da muss ich die nicht-menschlichen hin. Das ist schon wieder die falsche Hand. Das ist total weird. Thanks. So. Aber ich habe keinen Rückwärtsgang, oder was? Bip. Bip. So. Ich habe keinen Rückwärtsgang. Okay. Also. Ah. Es ist abgestürzt. Zweiter Crash hinter uns. Mann. Diese Szene nervt langsam. So. Die Hände sind so... Nicht fliegen. Nicht fliegen. Gott. Das Spiel ist so unstable. Ich weiß nicht, ob es auf der anderen Aufnahme liegt, aber immer wenn diese Luke aufging, ist alles kaputt gegangen. Bleibt stabil. Ich hoffe es. So. Wir haben endlich unser Schrott rausbekommen. Und diesen Schrott müssen wir nun entweder durch die grüne Luke oder durch die blaue Luke. Aber je nachdem, ob es menschlich ist oder nicht menschlich. Als ob ich das alles hier durchkriege. Mal gucken. Mikrofon. So. Vorwärts. View. View. Ich nehme mal die Brille. Okay. Als YouTuber ist das richtig scheiße. Das Gesicht guckt mich an. Das doofe Mikrofon ist richtig blöd. Rubikubik. Und der fällt auseinander. Das ist nicht gut. Okay. Etwas weiter vor. Etwas weiter vor. Falsche Hände. So. Ich habe ihn kaputt gemacht. Nein, der lebt noch. Der baut sich von selbst zusammen. So. Sieht mir deutlich nach menschliches Handwerk aus. Ich meine, das ist die Zukunft. Woher soll ich das wissen, wie das ich mir aussehen will? Und da... Das ist jetzt so scheiße. Ich bin hier total verkabelt. Das Gesicht guckt mich an. Das Gesicht guckt mich an. Aber auch wenn ich hier jetzt keinen Scheiß hinkriege... Einfach weil ich zu viel Zeug hier um mich herum habe. Ich habe das Mikrofon. Ich habe meine Lampen, die ich hier tausendmal anschloss. Und ein paar Pillen. Du hast eine Pillen... Scheiße, die Dose ist aufgeflogen. Genau du. Du. Beschuld. Die Demo ist saugeil gemacht. Man braucht aber richtig viel Platz. Man muss mit dem Stuhl 360 Grad Drehungen machen können, damit es richtig funktioniert. Also nichts für Let's Play. Für Let's Play ist das richtig schwierig. Oder ist das Schau? Ja. Ja, 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 ja. Ich versuche jetzt die Schau zu greifen. Ganz sachte. Mit meiner starken Hand. Mit meiner starken Hand. Die total fackfacken. Verweise mit. Und es ist wieder abgestürzt. Es ist wieder abgestürzt. Die Demo ist saugeil. Die ist sauinteressant. Diese Gegenstände rumzufliegen. In der Scherlosigkeit. Aber ich krieg's nicht hin. Das Spiel stürzt ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich an der Aufnahme. Und dadurch, dass ich hier das Mikrofon habe. Die Lampe neben mir. Ist das alles. Ich bang, bang. Und fuck. Und zack. Und flosse. Flop.